Moin Moin und da sind wir hier wieder bei Hexenzauber mit Klopapier 720 B. Genau, herzlich willkommen hier bei dem super tollen Mega Arschwischprogramm mit Zaubern. Bei Schwefftis oberkrassen Teil. Genau, und mein oberübles Hammerteil. Geil. Ja, wir haben uns jetzt mal, wie gesagt, die Pickaxe, die kennt ihr ja, die haben wir ja schon gemacht in der letzten Folge. Wir haben uns jetzt einfach nochmal hier so eine, so eine, Stein, ausprobiert aus Stein, mal den Griff nicht aus Eisen, sondern Stein zu machen, mal gucken, wie lange das Ding hält und einfach noch ein kleines Schwertchen. Genau. Schwertchen. Um ein bisschen zu testen. Das ist unser Zombie. Und deswegen geben wir jetzt auch ein bisschen meine mit euch. Und das ist denn die ganze Kacke hier mal. Das ist auch so fruchtet, wie wir das wollen. Ich werde hier mal kurz, warten, den Waypoint löschen, weil da ist noch der alte Home. So, ja, ich müsste auch mal hier so ein Waypoint. Wenn wir da draußen irgendwo, wo er nichts stört, einen neuen machen. Den kann man ja ausblenden. Ja, ich lasse die reinhauen, ist mir doch egal. New Waypoint. So, Waypoint Home. Homeman. Grün, das passt. Homepoint. Im Nettas soll das nicht anzeigen. Dann. Homebase. Und so ein grünes Strahl da nach oben. Dann passt das. So, lassen wir sie mal an. Die machen wir Enable. So, in welche Richtung wolltest du gehen meinen? Ja, lasst du hier hinten lang gehen, oder? Also, hier hinten, wo wir dazu gebaut haben. Tür zu. Ja. Schum. Der Berg schaut ja auch komisch da vorne aus, ne? So, mit dem Loch im Berg. Ja, irgendwie schon. Hey, das ist eine fiese Sache. Hier drüber zu laufen, ey. Das ist echt wie... Richtig schwierig. Hey, das Zeug haben wir da auch schon. Keine Ahnung, wofür das gut ist, aber wir nehmen es auch. Oh, wir nehmen es mit. So ätzend, hier drüber zu laufen, ey. Ui. Oh. Meist du da irgendwo im Wald? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Juppie, yeah, yeah, juuha. Was meinst du? Hier irgendwo im Wald vielleicht eine Höhle suchen, oder? Sie so auf der Oberfläche, wenn wir schwer was finden. Ja, lass doch mal. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Höhleneingang, oder? Ja, einfach mal geradeaus, da scheint es zu mir. Achso, das Wasser. Was hast du denn? Da vorne ist so ein Häuschen, schau. Da links. Du mit deinem Zombiekopf, aber was ist hier los? Das scheint mir ein Höhleneingang zu sein, oder? Ne, doch nicht. Ja, ich schmeiß mal den Zombiekopf da weg, der geht mir auf den Arsch. Äh, ja, oh, guck mal hier. Baumkraftbäumchen. Mhm, das ist eh gut, dann haben wir hier ziemlich hohen. Hier, guck mal, hier, hier, siehste. Sag ich doch, hier ist ein Höhleneingang. Mach mal direkt mal hier. Gleich mal Eisen. Guck, hier ist nämlich, hier ist dieses Zeug. Gleich. Ja, ich weiß, aber wie baut man das ab? Das verschwindet. Oh, nicht. Oh, geht, geht ja ganz gut, das Ding, ja. Oh, jetzt nehmen wir mal die eiserne. Okay, mit der geht schon schneller und mit der guten. Ja, also, so viel Unterschied merkt man eigentlich meiner Meinung nach nicht, aber... Hier geht's wunderbar. Ein bisschen, ja. Ein bisschen... Ein bisschen Gold, bitte. Ein bisschen Holz, bitte. Ein bisschen Gold, bitte. Ein wenig zu essen. Brauche ich was zu essen. Das ist natürlich hier für die Insider unter euch. Genau. Wenn wir uns auch wirklich gucken... Die wissen, von was wir reden. So, warte, jetzt machen wir mal ein bisschen... Nicht, ey. Ein bisschen schaufeln. Boah, er puddelt einfach unter mir weg. Na, komm weg da, so. Wir haben wieder Eisen. Siehst du, du sagst, wir haben kein Eisen. Hier finden wir jede Menge. Man muss nur suchen, ey. Da unten ist... Gold. Das ist ja Gold wert. Ja, da macht's wieder Bom. Aber noch einer. Alter, was macht der da? Ah, ich hör's nur zwischen. Ich hör's als nur zwischen und dann geht's los. Na, ich hoffe, mich besucht keiner. Es wird halt irgendwann mal Zeit, ein bisschen Röstung und so, ne? Bissin nur hingegangen. Licht mal, damit die Leute auch was sehen hier. Ich vergesse das immer Licht mal, weil ich sehe immer ein bisschen was. Ja, aber im Video ist das nicht so gut. Aber im Video ist das halt echt dunkel. Vergess ich das immer. Ah, hier haben wir noch ein paar Formcraft-Shots. Äh. Boah, so hell, alter. Das ist das Kalk, glaube ich. Ja. Was braucht mein Kalk? Ich hab Diamanten. Ich hab Diamanten. Cool. Noch mehr Diamanten. Was ist das? Ich hab irgendwas im Hals, ey. What the fuck ist das? Das ist... Kinabar. Was? Kinabar. 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 Das ist auch von... Sinabar. Auch von... Formcraft. Okay. Ja, genau. Könnte sein. Problem ist immer, dass die Textur anders sind, deswegen weiß ich, dass die so ganz... Ah, die Texturen sind nur nicht komplett angepasst hier. Leider halt. Schön hier, zack. Hackel hinstellen, zack. Aber die komische Super-Duper-Axt, die wird ziemlich schnell kaputt, meiner Meinung nach. Echt? Bei mir gar nicht. Aber wobei, das geht. Ach so, viel hab ich jetzt auch nicht abgebaut, natürlich schon fast ein Viertel kaputt. Ja, ein Fünftel kann man sagen, ist kaputt. Redstone und Eisen ist echt eigentlich ganz viele da, ne? Eigentlich, ja. Soll man einen Verzauberungstisch machen? Halt, ich hab schon wieder 25 Level. Ich hab 28 mittlerweile wieder. Bevor ich sterbe wieder und die wieder weg sind. Ja, aber Verzauberungstisch kostet Obsidian auch, ne? Okay. Können wir das schon abbauen mit dieser Axt hier? Das ist die Frage, das... Ich glaub noch nicht. Die wird wahrscheinlich noch zu schwach sein. Das ist zu schwach. Okay. Vielleicht sollten wir uns da mal ne Diamond-Axt dafür bauen. Ja, aber wir haben noch nicht so viele Diamanten, oder? Ja, jetzt vielleicht, weil du ein paar gefunden hast. Ich hab gefunden vier Stück. Okay, okay. Fünf Stück, da unten müssen noch mehr Diamanten. Okay, ich hab da wieder so komische Knochen. Ne, da kommt Pfeil raus. Aus diesen Knochen. Ja, das hat einer einen Pfeil mumifiziert früher. Ja, man weiß es nicht, ne? Alles sollte möglich sein. Hier ist Lava. Oh, hier unten ist... Mossy Cobblestone. Das braucht man doch irgendwo für. Ja, für dieses grüne... Wie hat man das geheißen? Moos. Für das Moos. Da muss hier aber doch irgendwo auch... Ein Dungeon sein. Aber du bist wahrscheinlich komplett in einer Richtung als wie ich, aber egal. Okay. Nein, ich bin... Ich bin auf alle Fälle in der Mine. So, hab ich jetzt Fortune 1 auf meiner Pickaxe drauf. Wie siehst du das? Keine Ahnung, die hat einfach jetzt gerade angefangen zu blinken. Wie zu blinken. Hä? Der hat einfach angefangen zu blinken jetzt. Wie als wäre sie verzaubert. Okay. Schade. Ja, der Moment. Und jetzt steht Fortune 1, oder was? Jetzt steht Fortune 1 da, ja. Ja, okay. Vielleicht hat das irgendwie damit zu tun, wie viel du abbaust oder so. Boah, hier ist voll die fiese... Ja, du hast wahrscheinlich mehr Wetsdown drauf, als wie ich deswegen. Oder mehr Lapis. Voll die fiese... Hier ist das... Oder so. Komm mal... Ja, komm mal zu mir, ist auch lustig. Du bist gar nicht weit weg von mir. Nee, ich hab... Ich seh deinen Namen. Ich hab mich wieder zurück in eine Richtung begeben. Da oben der Kupfer, aber da geh ich nicht raus für den Spinnen. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, so Rucksäcke dabei, oder? Ja, ja, klar. Ich muss da nochmal sortieren, dann bin ich das Holz. Warte, ach, ist doch komisch, dass ich jetzt auf einmal... Da muss man echt nachlesen wieder, warum ich jetzt auf einmal fortune auf meiner... Wer darf hoch? Vielleicht ist dieses... Vielleicht ist dieses Lack... Vielleicht hast du, je mehr Lack, also je mehr Lapis du drauf machst... Hast du eine Chance, dass da quasi... Verzaubert wird. Dass die verzaubert wird. Mhm. Kann natürlich auch sein. Und du hast ja mehr, ich glaub, drauf getan, Lapis, als wie ich. Bisschen... Hü... Irgendwo tschichter. Du mehr. Bisschen, ja. Bisschen meine Nähe, ich warte hier die ganze Zeit, ich baue hier Ohr ab. Ja, ich bin nur bei Diamanten, deswegen. Da auch passiere ich nicht irgendwo. Ein Creeper ist, weil ich habe ein Tschischen gehört. Tschischen? Tschischen, Tschischen. Was ist das für ein komischer Stein, all? Da sehe ich aber so Abgebautes. Da bist du... Ah, da bist du. Ja, da bin ich, ja. Alter, du musst einfach nur um die Kurve gehen, dann bist du bei mir. Ja, ich seh dich schon. Ey, da unten ist Monazito, oder was denn das? Schaut aus, wie so das Monazito. Dann nehme ich diese Pickaxe jetzt erstmal nicht mehr für diese ganz normalen Sachen. Da fortune drauf ist. Was? Big Magic Essence. Ah. Erstmal die andere, ja. Oh, das wäre fast da unten, ja. Was reicht da? Du musst einfach hier um die Ecke kommen, da ist dieser komische Eingang da. Ja, gleich. Oh, der voll mit Lava bedeckt ist. Da ist drauf gekommen, wieder. Oh. Echt krass hier. Einmal denke ich, hä, was ist denn hier los? Warum blinkt meine Achse jetzt, als wäre sie verzaubert? Ja, die Frage, ob sie dann auch in Tebel wieder reparieren kannst, das ist die Frage. Ja. So, dann mal noch ein wenig Kohle. Frage aller Fragen. Oh, ich bin so voll gefressen. Na, ich werde dann hoffentlich auch gleich bald was bekommen zum Fressen. So, Möde, weiß ich Bescheid. Möde, Fragen. Kann ich mal kurz spechteln? Ne. Keine Ahnung. Nö. Wo bist du denn jetzt? Immer noch da um die Ecke. Ah, da bist du. Ah. Hau grad ein bisschen zu hier, damit wir hier runter können. Ne, das ist ja so eine Art Dungeon wahrscheinlich Eingang, oder? Weiß es nicht. Kann ich mir nur vorstellen, weil... Das ist... Und die Frage ist, wie baut man den Kacke ab? Äh. Okay, ich hab mal Kavislo rausbekommen. Oh. Hm. Ich will die Meckersdoraufbombad. Direkt Kavisdom bekommt man hier ziemlich schwerer, muss man schon ein bisschen was leisten. Du, diese Anworte, umzuhalten. Abelstone ist jetzt ein Mangelwahl. man es gibt die Schuhe er hat die Erdmann ich glaube man stein schmelzen und wir wollen in der Lauer und nicht wir haben auf jeden Fall dieses Mosi ja ich bin erlaubt der Abbau und das muss sie können es tun das Brombo unser Big X glaube ich zu verbessern oder oder was steht dann ist das brauchst du irgendwie um was war das steht in dem Buch drin ich weiß es jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr genau ich weiß entweder Schwert oder für oh was war das nein Hassel hier so ne oh fetzt mich ey Herzinfarkt auf einmal kommt da so ein Vieh runter ey Silberfisch ja Alter ein hier wird gedonnert gedonnert geklopft du hattest ihn doch schon ja so ein Dungeon oder was Dengelszellen oder so keine Ahnung ja da hörst du eh rein mhm wo sie Kärberstone, die Diamanten, Redstone die wichtigen Sachen mal mitnehmen Steinkacke können wir eigentlich hier dann alles wegschmeißen das braucht kein Mensch aber da hätten wir jede Menge Moos die Kärbels da naja warte mal bleib mal auf der Seite stehen nicht dass es von der anderen doch gibt von der anderen Seite auch ein Knopf ja du kannst ja wohl abbauen oh lass doch so hier hinten ist hier hinten geht es auch weiter noch Holztür mach der auf mich reise nicht allein durch ne ich tu nur überall fucking hinstellen ah da geht es wieder runter Alter da unten geht es weiter komisches Holz passt aus wie das Ender-Portal-Ding rot in der Kiste könnte ja fast sein ne das wär was für ein Zufall das wär ah da sind wieder so komische Büsche da bekommt man Aluminium alt 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 du haust mich ne das war das Teil das war das Gericht wo du drauf gehüft bist scheiße hier oder aus ja die kannst du abbauen die kannst du dann pflanzen und da bekommst du da Rohstoffe raus oh ne Ender-Perle, ne Ender-Perle und ein Iron-Chess-Plate Iron-Sword ich habe eine Chess-Plate bekommen oh ho 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 zack 100%ig dieses Ender ne das sind viel zu wenig Monster dafür ja aber auch hätte nix irgendwas dabei Level bringt mir nix das mit diesem Aluminium-Zeug da soll das weiß ich auch nicht ja das kannst du platzieren und da wachsen dann sozusagen Aluminium drauf oh nein au blöder Silberfisch ey bin hier runtergefallen voll die kacke hier ey scheiß Silberfisch echt die sind runtergeblumpt runtergeblumpt ja ich würde sagen tun wir offline noch ein bisschen hier weiter meinen und wir sehen uns dann beim Schlüsselergebnis wenn wir nach Hause latschen na na hauer wenn es heißt auf geht's Horm-Burm auf geht's Richtung Horm-Burm dann bumm und Mädels Meteorchip ach du kacke ah da kann man aus dem Haus bauen nicht schlecht nicht schlecht Herr Specht ja ab und dann ja würde ich sagen ist das war's und zwei Dias Goldbein und Ironchip bis hin und in der nächsten Folge würde ich sagen oder genau macht gut bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal kind